Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grey Goo mit... Mal gucken, wie vielen Folgen. Weil, also ich meine damit, wie viele Folgen wir hierfür brauchen, ob wir anderthalb brauchen, ob wir zwei brauchen. Wir dürfen durch eine intelligente Lebensform, bevor wir sie verloren haben. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Specialist Redgrave... Ich weiß. Ich weiß. Singleton, ich rufe die verbleibenden Teams auf der Oberfläche zurück zum Schiff. Kommen Sie so schnell wie möglich. Wir können nach Redgrave suchen, sobald alle anderen erfasst sind. Ja, Ma'am. Ich habe die Erntemaschinen zurückbeordert und fliege los, sobald sie zurück sind. Gut. Bis dann. Ma'am, hat das Labor die Proben von der Oberfläche analysiert? Eine erste Analyse weist auf zwei unterschiedliche intelligente Lebensformen auf diesem Planeten hin. Zwei? Und Sie sind beide feindlich gesinnt? Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen. Warum hat das Pfadfinderprogramm diese Lebensformen nicht entdeckt? Das weiß ich nicht, Ma'am. Sie scheinen heute nicht allzu viel zu wissen, oder? Ma'am? Wie lange dauert eine Funkverbindung zur Erde? Ma'am? Systemausfall im Quarantäne-Modul. Eine Probe von der Oberfläche stört die... Ma'am, was passiert? Strukturelles Versagen in Modulen 2, 7 und 9. Lebenserhaltung beeinträchtigt. Systemversagen in ca. 22 Sekunden... Hier Mission Commander Lucy Tuck. An alle. Sofort das Schiff verlassen. Ich wiederhole. Alle. Sofort das Schiff verlassen. Evakuierung von Command-Lander-Modul eingeleitet. Energiesysteme kritisch. Empfehle sofortige Evakuierung. Miss Tuck. Miss Tuck. Miss Tuck. Ich bin hier. Ich bin hier. Crew-Status. Ungewiss. Kommunikation ist zum Erliegen gekommen. Unsere aktuelle Position ist unsicher. Die beste Antwort wäre, einen Sicherheitsbereich zu etablieren, bis sich unser Modul sicher transportieren lässt. Ich verstehe. Scane auch weiterhin auf Anzeichen der Crew. Und das ist vorher passiert. Nämlich wir sind jetzt, wie man glaube ich, unschwer erkennen kann, Menschen. Und haben, ich weiß nicht, ob wir das Guru von der Oberfläche mitgenommen haben oder ob wir es erst auf diesen Planeten raufgeworfen haben. Ähm. Weil dann wären wir im Prinzip beides, was wir für die Beta im Prinzip an Mist runterwerfen. Wir sind jetzt im Übrigen halt diese neue Fraktion, ne? Die Menschen, gegen die wir eben schon gekämpft haben. Finde ich auch immer sehr interessant, dass man jetzt auch aus der anderen Sicht sieht. Aber halt nicht das selbe Spiel. Das wäre ja ein bisschen schwierig. Ähm. Wir müssen jetzt mit diesem, mit diesem, ja, neuen System hier, weil wir bauen ja ein bisschen was an. Also wir bauen das ja ein bisschen anders als ja, bei den Beta. Bin eh gespannt, wie sich das jetzt hier spielt. Ähm. Vor allem aus dem Grund. Was? Irgendwas. Ach so, das steht da. Irgendwas, was von dem Planeten da unten mit an Bord hat gebracht wurde. Hat die Darwin, ernsthaft, die heißt Darwin, von der Herreraus zerstört. Werden Mom nach weiteren überlegen gesucht, muss Lucy die Operationsmasse auf einem Planeten errichten, von dem eine unbekannte außerirdische, der von einer unbekannten außerirdischen Das erklärt, okay, eine Menge. Ich wusste nicht, dass das eine Probe von diesem Planeten... Irgendwas zu sehen, Mom? Bewegung und Energiesignaturen wurden in dem Bereich ausgemacht. Ursprung unbekannt. Sonst noch was Neues? Meine Herstellungsmatrix wurde bei dem Absturz beschädigt. Mehrere Drohnenmuster sind derzeit nicht verfügbar. War ja klar. Ich vermute, Bruchlandungen halten sich nicht unbedingt an Notfallpläne. Hm, okay. Gut, also, wir haben auch sowieso ein anderes Interface. Ähm. Aber ich brauch sowieso erst eine Raffinerie. Das ist ja misstig. Beginne mit Konstruktion. Ist auch sehr interessant. Mir gefällt die Musik besser. Ähm. Okay. Raffinerie fertiggestellt. Ach, verdammt. Ähm. Hm, zum Glück hat man das hoffentlich nicht gehört. Ähm. Leitung. Extraktor fertiggestellt. Extraktor wird angegriffen. Wie soll ich mich jetzt verteidigen? Äh. Erntemaschine wird angegriffen. Interessant. Beginne mit Konstruktion. Äh. Was tue ich? Was war das? Äh, okay. Leitungskreuz fertiggestellt. Äh, boi. Leitungskreuz Das Ding kann sich auch nicht entscheiden, oder? Konstruktion läuft. Ui. Boi. Raffinerie wird angegriffen. Erntemaschine wird angegriffen. Cool, den Rest können wir ja nicht bauen. Also fertig. Tech Upgrades. Nix. Nichts. Nichts. Das ist nicht toll. Kern wird angegriffen. Der Bau von Wächtern wird die defensive Leistungsfähigkeit der Basis erhöhen. Raffinerie wird angegriffen. Blop, 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 blop. Einheit in Produktion. Wächter. Ah, hier. Die Schwerkraftwächter. Ach, das geht. Cool. Beginne mit Konstruktion. Hey, direkt vor deiner Nase, du. Raffinerie wird angegriffen. Ähm. Ich bin nicht erfreut. Leitungskreuz fertiggestellt. Leitung fertiggestellt. Dieser Französ sieht ja sehr lustig aus. Boom, boom. Anti-Schwerkraftwächter wird angegriffen. Anti-Schwerkraftwächter. Ernte Maschine wird angegriffen. Erfolgreich. Kann das nicht reden? Anti-Schwerkraftwächter fertiggestellt. Ist doch ne Drohne. Einheit bereit. Yay. Einheit in Produktion. Schön. Der Dreizackschlag gegen leichte Einheiten. Ja, schön. Genau, das Baugitter. Gott, da war's Lüge. Aua. Äh, Frage des Tages. Dieses Objekt ist ein beschädigter Datenkern aus dem Schiff. Gefundene intakte Kerne würden den Wiederaufbau meiner Herstellungsmatrix beschleunigen. Dreizack online. Was denn kann reden? Koordiniere Bewegung. Und sie vier beliebige Wächter. Okay. Rennatur läuft. Uh, uh, uh. Einheit bereit. Beginne mit Konstruktion. Standort empfangen. Verstanden. Also hier und hier. Hallo Commander. Hi. Die Stimme toll. Einheit in Produktion. Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Was ist denn das für eine... Ah mein, da kann ich ja nicht aufbauen. Ähm. Leitungskreuz wird angegriffen. Okay. Einheit bereit. Geht das? Einheit in Produktion. Ja, geht wunderbar. Cool. Beginnen mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Nehmen dort Formation an. Leitungskreuz fertiggestellt. Hallo. Leitung fertiggestellt. Upp. Beginne mit Konstruktion. Ja, komm, machen wir dann hier ein als Pseudotor. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Beginne mit Konstruktion. Ja, das mit den Kreuzen muss ich noch ein bisschen üben sein. Das sieht irgendwie so manchmal ein bisschen kacke aus, muss ich gerade sagen bei mir. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz fertiggestellt. Ach, hier kommt man drüber raus. Okay. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Was bist du denn? Was? Anti, einfach Anti-Panzer-Einheit? Wie viel Schaden die machen steht hier nicht. Was kann ich für Sie tun? Anti-Schwerwächter fertiggestellt. Machen wir mal davon ein paar. So, wenn man jetzt eine wunderschöne kleine Defensive Einheit bereit. Einheit in Produktion. Hier unten geht's auch. What the? Ich frage erst gar nicht. Gruppe in Bewegung. Sekunde. Ich hasse manchmal Menschen. Hallo, geht weiter. Ich weiß nicht, ob man meinen Klingelton hat. Die Sache ist, die Sache ist, ich bin eh manchmal... Einheit in Produktion. Du machst 15? Visier bereit. Revolver online. Okay. Ähm. Einsatz bereit. Nett. Äh, ich bin eh... Reparatur läuft. Verwirrt, inwiefern das jetzt... Welche, wie, wo, was? Einheit bereit. Wo kommen die eigentlich her? Einheit in Produktion. Etwa... Ne, was ich eigentlich sagen wollte, wovon ich verwirrt bin. Ähm, ich weiß eh nie, wie, was... Zylinder sind geladen. Wann, wie, wo, welche Einheit, äh... Nicht Einheit, oh Gott, nicht Einheit. Sachen beim Mikrofon durchkommen, also ob da jetzt zum Beispiel was irgendwie, ähm... Einheit bereit. Einheit in Produktion. Oh ja. Wann da jetzt irgendwas hört? Sofort. Ach, da kann man ja nicht durch. Standort empfangen. Leiste Hilfe. Okay, gut. Beginne mit Konstruktion. Fabrik fertiggestellt. Ich weiß nicht, ich finde das hier... Einheit bereit. Einheit in Produktion. Menschen finde ich hier irgendwie vom Konzept... Einheitenkonzept... Also nicht Einheitenkonzept, sondern auch vom Basiskonzept. Viel interessanter. Geht los. Verstanden. Das ist halt nicht so Standard, ne? Anti-Schweil ist das. Das sieht ganz anders aus, als das, von dem die anderen Teams berichtet haben. Nehm dauernd Formation an. Leiste Unterstützung. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Bleib hier. Und stirb bitte. Anti-Schwerwächter wird angegriffen. What the fuck? Einheit wird angegriffen. Koordinieren Beschuss. Schon unterwegs? Öh... Ja? Abgestrahlt. Dieser Datenkern ist intakt. Stelle Daten wieder her. Cool. Eine neue Tick-Erweiterung ist verfügbar. Pazer... Ui, Panzer... Pazer-Einheit. Äh, muss man... Inwiefern muss das denn eigentlich... Schalt-Panzer-Erweiterung schaltet... Ach, die müssen direkt an der Fabri... Oh... Ist ja blöd. Beginne mit Konstruktion. Aber es gibt hier keine... Einsatz bereit. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ähm... Frage des Tages. Einheit in Produktion. Aber... Wie komme ich an weitere Raffinerien? Ich kann ja nicht irgendwo... Keine weiteren Knoten aufbauen. Ich habe zwar viel... Einheit bereit. Einheit in Produktion. Transpazieren von Anlagen. Panzer-Erweiterung fertiggestellt. Okay. Ach, cool. Einheit bereit. Cool. Einheit in Produktion. Die Menschen gefallen mir. Bop, bop, bop. Einheit bereit. Ähm... Ich möchte in eine Datenkehr. Einheit in Produktion. Ne. Gruppe in Bewegung. Unterstützung bereits. Ich möchte eigentlich nur hier... Und mir meine Herstellungsmatrix holen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Der Rest ist mir eigentlich gerade schnuppe. Koordiniere. Sofort. Boom. Viel eliminiert. Aufziehen. Ach, ihr könnt nicht während des... Einheit bereit. Ihr könnt nicht während der Bewegung schießen. Das war ja aber nicht. Meine nicht. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Oh. Ich wollte schon... Ich wollte wieder irgendwo quacken. Der zweite Datenkern wurde wieder erlangt. Eine neue Tech-Erweiterung ist verfügbar. Kommando empfangen. Yay. Tech-Erweiterung. Nehmen dort Formation an. Schon unterwegs. Einheit bereit. Ich kann mir nicht helfen, die Stimme... Erwarte Instruktionen. Bei dem Ding finde ich irgendwie toll. Voll gut. Einheit in Produktion. Gruppe in Bewegung. Unterstützung bereit. Hallo. Erwarte Instruktionen. Zu Stau verarbeitet. Nexistin. Hier ist auch wirklich irgendein... What the fuck ist das denn? Alter, das sieht so viel dicker aus. Einheit bereit. Ah, ich hab... Einheit in Produktion. Ich sammle mich mal hier. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Hat keinen der. Stark gegen Gleichsinn. Einheit in Produktion. Kann aus der Bewegung herauskommen. Garnier ist online. Braucht jemand vier Kanonen? Ja, immer doch gern. Artillerieerweiterung. Bup. Beginne mit Konstruktion. Ich mag den. Einheit bereit. Also, die Fraktion hier. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ach, der... Interessant. Die menschlichen Extraktoren... können unendlich. Artillerieerweiterung fertiggestellt. Das wird ja im Rang gezeigt. Ich bin gerade so unglaublich verwirrt von den ganzen Anzeigen. Am Boden. Der bitte nicht. In Alarmbereitschaft. Rohre ausgerichtet. Ist das, der hat wirklich viel Rohr? Einheit bereit. Einheit in Produktion. Derzeit deaktiviert. Derzeit deaktiviert. Hm? Was haben wir denn hier? Anti-Schwerwächter. Äh, bleiben auch unendlich. Versuchen aktiv. Seine Anzeigen könnten. Also, ich wäre ganz nett. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Beginne mit Konstruktion. Das sind alles echt geile. Drei geile Sachen, also. Kommen zusammen. So, kann ich mich kommen entscheiden. Panzer einsatzbereit. Wui. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Hi. Wo geht's denn so? Einheit wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Hallo. Was frisst mich? Au. Ich finde sie auch interessant. Ich weiß nicht, ob die KI so vorprogrammiert ist oder einfach, ob sie dumm ist, dass sie hier Lufteinheiten gegen mich einsetzt. Wir sitzen aktuell noch nicht, was Lufteinheiten. Einheit in Produktion. Einheit bereit. Einheit wird angegriffen. Ich frage mich gerade, ob sie haben, ob sie noch später in der Reparaturanlage oder? Ich weiß es nicht. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Ähm. Ich hätte doch gerne den ein oder anderen Lancer. Flop. Oh. Oh, egal. Einheit bereit. Ach, das Ding hat die Erweiterung gar nicht. Einheit in Produktion. Ach, die Dinger sind geil. Beginne mit Konstruktion. Ich freue mich dazu mehrere Erweiterungen. Ja. Geschafft. Nur weiter. Hm. Panzerweiterung. Beginne mit Konstruktion. Formation im Vormarsch. Leiste Unterstützung. Boah, das macht echt noch Ewigkeiten. Alter, ach, das... Artillerie-Wächter. Ich weiß nicht, wie der Reichweite von dem Ding ist. Ich glaube, wo kommt das Ding... Weil ich den hierhin pflanze, dass der hierhin ballern kann. Einheit in Produktion. Wäre lustig, aber ich glaube es nicht. Beginne mit Konstruktion. Artillerie-Erweiterung fertiggestellt. Panther-Erweiterung fertiggestellt. Feuern. Danke. Schon unterwegs. Komm, pflanzen wir uns mal in den Reis. Erwarte Instruktionen. Ich mache hier nur eine Folge draus. Kampfsysteme aktiviert. Einheit in Produktion. Komm. Boah, der Artillerie-Wächter braucht Ewigkeiten. Holen. Artillerie-Wächter fertiggestellt. Einheit bereit. Ist jetzt die Frage. Tech-Upgrade ist gleich durch. Ich möchte mal sehen, wie schnell die sich reparieren. Ähm. Blop. Panzer-Tech-Upgrade abgeschlossen. Okay, gut. Wir haben eh jetzt nicht die Ressourcen dafür. Das ist blöd. Machen wir kurz Pause. Konstruktion pausiert. Sie heilen sich auch so? Förder... Oh, geil. Gut. Oder zieh weiter. Konstruktion wird wieder aufgenommen. Heilung klar. Kommen zusammen. Unterstützung bereit. Das ist Gladius. Konzentrieren Feuer. Standort erreicht. So fahren. Formation im Vormarsch. Heil. Waffen feuern. Die Armee ist zu lang. Anste Hilfe. Positives Ergebnis erlangt. Abgestraft. Anstrengung von Stuhl. Kugling erkannt. Einheit bereit. Einheit wird angegriffen. Wo ist der Lancer? Leitungskreuz wird angegriffen. Soll man ankommen? Ach, Bebe. Ich bin alles vorbei. Hä? Hier lebt doch was? Fetzig. Da ist ja noch mehr Gu. Na komm. Das machen wir jetzt mit unserer Artillerie. Komm. Wo bist du? Begebe mich jetzt dorthin. Ist der Franzose oder was? Berechne Wegstrecke. Das klang gerade ein bisschen so, als würde er einen auf französischen Akzent machen. Zielort markiert. Laufe heiß. What the fuck? What the fuck? Ziel ausgelöscht. What the fuck? Okay. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Noch ein neuer Lancer. Verliege Standort. Launchier bereit. Schon unterwegs. Was heißt der Kommando? Der nennt er hier launch. Was ist denn letztlich selbst launchier? Hallöche. Aktiviere Geschütze. Boom. 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 Bereich gesichert. Mom, beginne die Suche nach den anderen Landern. Lustig irgendwie. Sehr lustig. Hallöchen. Ähm. Interessante Ding. Verbündete Anlagen zerstört. Eins? Okay. Was wurde denn von mir zerstört? Verbündete Anlagen. Genau. Ähm. Damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Gab euch wohl. Bleibt mir treu. Wiedersehen. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Grey Go.